Wir von Islamic Relief sind seit 1997 direkt vor Ort in den palästinensischen Gebieten tätig. Wir waren im Laufe der Jahre schon viele Male mit solchen Krisen konfrontiert und haben jedes Mal mit eurer Unterstützung Hilfe geleistet. Derzeit helfen wir in Form von Lebensmitteln, Matratzen und Decken für Familien, die aus ihren Häusern vertrieben wurden und an Orten wie Schulen untergebracht sind. Unsere Priorität ist jedoch die medizinische Grundversorgung und die medizinische Notfallhilfe. Unser Ziel ist es auch diesmal, die Menschen in Palästina in dieser Krise zu unterstützen. Wir wissen, dass es derzeit eine Blockade gibt und dass Hilfswege geschlossen sind. Die Spannungen nehmen zu und es ist fast unmöglich, Hilfsgüter von außen nach Gaza zu bringen. Aber unsere Teams sind bereits vor Ort in Gaza und kaufen Hilfsgüter, die innerhalb der Stadtgrenzen verfügbar sind. Unser Team vor Ort setzt sich aus Helfern zusammen, die dort leben, die dort geboren und aufgewachsen sind und sich für Islamic Relief engagieren. Sie befinden sich gerade mittendrin. Sie vertrauen ihre Familien, Schulen oder Krankenhäusern an, um allen Gefahren und Schwierigkeiten standzuhalten und zu helfen. Sie stehen denjenigen bei, die aus ihren Häusern fliehen mussten und versuchen, den dringenden Bedarf an Gesundheitseinrichtungen zu decken. Unsere Helfer berichten über den dringenden und vorrangigen Bedarf an medizinischen Hilfsgütern. Die Lage ist sehr ernst. Die Krankenhäuser und Kliniken sind überlastet und arbeiten mit begrenzten Mitteln. Die Zahl der Verletzten ist sehr, sehr hoch. Unser Team arbeitet hart daran, alle notwendigen medizinischen Hilfsgüter und Medikamente, die sie in Gaza finden können, zu kaufen und sie an Krankenhäuser und Kliniken, sowie an Ärzte und Krankenschwestern zu liefern, die an vorderster Front arbeiten, um Leben zu retten. Das Retten von Leben ist unsere Priorität. Wir setzen uns für die Einrichtung eines humanitären Zugangs ein, damit die unschuldigen und hilflosen Menschen die notwendige Unterstützung erhalten können. Und zwar dringend.